Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Los reißen! Wie siehst denn du aus? Wo bist du denn gewesen? Sag mal, was ist denn los? Verpiss dich! Was hast du denn gemacht? Leck mich! Jetzt hab ich aber die Nase voll von deinen Frechheiten! Hallo, der Papa und ich müssen jetzt losfahren und du musst alleine ins Bett gehen! Nein! Doch, das probierst du mal! Nein! Du willst doch auch mit uns in den Urlaub fahren, oder? Ich will aber nicht! Doch bitte, du musst das mal versuchen! Der Peter ist doch da und passt auf dich auf! Bring bloß wieder seine doofen Freunde! Dann schimpf ich recht mit ihm! Das nützt dir gar nichts! Das nützt dir gar nichts! Dann rufst du mich dann da an! Komm, Anette, komm! Bitte! Nein, Scheiße! Ich pass mich auf die blöde Schlampe auf! Ich hab was besseres zu tun! Solange du hier lebst, wird das getan, was ich sag! Ist das klar? Fuck you! Bitte, Peter! Hör auf das, was dein Vater sagt! Bitte! Komm! Ah! 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 Hör auf! Ich glaube, du wirst uns in Zukunft ein bisschen zusammenreißen müssen. Und wenn wir nach Hause kommen und du bist nicht da! Dann wirst du weiß erleben! Hör auf, du tust ihm nur! Und die wirst du nie wiedersehen diesen Haschbruder! Ah ah! Ah! Ja, ab. Ich weiß nicht, was mit ihm los ist. Er führt sich erst seit ein paar Wochen so auf. Mach dir keine Sorgen, mein Schatz. Ich krieg das schon raus. Ich krieg das schon raus.